Herzlichen Dank für die Einladung und Entschuldigung, dass das Ganze etwas später war, lag nicht in meiner Absicht. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde und vor allen Dingen finde ich es außerordentlich wichtig, dass eben auch die Stadt Linz sich zu ihrer Verpflichtung als Friedensstadt bekennt und ja auch verbunden mit dem entsprechenden Jubiläum der 25 Jahre. Und meine Überzeugung ist, dass in einer Zeit, in der 1,5 Billionen US-Dollar für Rüstung weltweit ausgegeben werden, das sind die neuesten Zahlen, und nur ein Zehntel dieses Gesamtvolumens für Entwicklungszusammenarbeit und für die Zusammenarbeit mit diesen Ländern, solange das so ist, solange ist es dringend notwendig und zwingend notwendig, dass sich vor Ort alle entsprechend einschalten, um dazu beizutragen, dass Rüstungsausgaben reduziert werden und dass eben andere Schwerpunkte auch in der Welt gesetzt werden. Das ist meine Überzeugung und ich freue mich, dass eben die Initiativen der Stadt Linz mit zu der Frage von Frieden und Abrüstung beiträgt und vor allen Dingen auch natürlich jeder und jeder Einzelne von uns verantwortlich ist dafür, dass wir nicht gewaltförmige Austragen von Konflikten zeigen, lernen und damit auch Beispiele für andere setzen. Wenn wir die Situation und es sind ja afrikanische Frauen hier, die das natürlich aus ihrem eigenen Erleben sehr viel besser sagen können, wenn wir, und Afrika ist ja auch sehr unterschiedlich, aber wenn wir die Situation jetzt auf diesem Kontinent, nehmen, dann haben wir eigentlich sehr unterschiedliche Entwicklungen nebeneinander. Einmal sozusagen die sogenannte Lions on the Rise, das heißt also Länder, die und zwar keineswegs nur Ölförderländer, die aber durchaus wirtschaftlich vorangehen, aber häufig in sich selbst und auch in anderen Ländern des Kontinents eben doch noch hohe Armut haben und, wie wir es ja auch eben im Film gesehen haben, eben doch immer auch die Gefahr von Gewalt von der Bedrohung von Frauen und die vor allen Dingen dabei auch immer Sorge haben müssen, ihre körperliche Unversehrtheit zu erhalten. Umgekehrt aber natürlich ein Parlament in Ruanda, das zu 50 Prozent gewähltes Parlament aus Frauen besteht. Das heißt, es ist ein sehr unterschiedlicher Ansatz und deshalb ist es eben auch sehr wichtig, dass wir immer gezielt und vor allen Dingen auch bezogen auf die jeweilige Situation Frauen entsprechend mit stärken. Die Millenniumsentwicklungsziele sind genau diese Zielsetzung, die sich die Welt gegeben hat im Jahr 2000 und wenn wir das nochmal erinnern, da geht es eben auch um die politische Beteiligung von Frauen, da geht es um die Frage, Bildung voranzubringen, dass Mädchen und Frauen die Chance haben, Bildung zu erhalten, nicht nur die jungen Männer und die Jungen. Die Bekämpfung von Aids und natürlich auch die Bekämpfung von Müttersterblichkeit. Und da muss ich sagen, das ist eines der Ziele, das immer noch katastrophal nachhinkt. Und meines Erachtens, also dass es heute noch so ist, dass weltweit in jeder Minute eine Frau stirbt entweder bei der Geburt des Kindes oder aber an den Folgen der Geburt. Das ist eine massive Missachtung dessen, was Frauen eben in ihrem eigenen Leben leisten. Es ist eine massive Missachtung ihrer Würde und manchmal muss man sich sagen, wenn Männer Kinder zur Welt bringen würden, wären wahrscheinlich die Gesundheitssysteme, die am besten ausgebauten, die genau diese Situation verhindern würden. Also bei den Millenniumsentwicklungszielen muss man wirklich genau auch in diesem Bereich der Stärkung der Frauen, der Respektierung der Hilfe, der Entwicklung von sozialen Sicherungssystemen ansetzen. Der dritte Punkt, den ich zu Beginn nochmal nennen wollte, ist die Zahl der UN-Friedensmissionen. Die ist ja seit den 90er Jahren stark gestiegen und da sind natürlich auch immer wieder die Aspekte des Schutzes von Frauen und Mädchen und die angemessene Beteiligung am Friedensprozess als neue Dimension hinzugekommen, wie die Realität aussieht, wenn wir gleich nochmal gemeinsam nachvollziehen. Warum sind Frauen für Friedensprozesse so wichtig? Einmal, das haben wir ja eben auch in dem Film schon gesehen, erstens sind Frauen und Mädchen von kriegerischen Auseinandersetzungen mehrfach betroffen. Eine Studie der Weltbank, ich wollte das zu Anfang gar nicht glauben, zufolge sehen sich Frauen zwischen 15 und 44 Jahren einem größeren Risiko gegenüber vergewaltigt zu werden, als durch Krebs, durch Verkehrsunfälle und Malaria zu sterben. Also das heißt, Frauen sind von Krieg und kriegerischen Auseinandersetzungen besonders betroffen. Und was ich auch wichtig finde, wir haben im Jahr 2009 während meiner Ministerzeit eine Konferenz zur Frage Gewalt gegen Frauen gemacht und dort hatten wir die Trägerin des Alternativen Friedensnobelpreises aus dem Jahr 2008, Aschai Hagi Elmi Amin aus Somalia. Und sie hat da Folgendes gesagt, das würde ich gerne zitieren. Sie hat gesagt, Frauen denken in anderen Kategorien als Männer. Vor allem habe ich gelernt, sagt sie, dass es den Frauen nicht nur um Machtverhältnisse geht, sondern sie an einer wirklichen Diskussion der Themen und Lösung der Themen interessiert sind. Das bedeutet zwar nicht, dass Frauen nicht auch aktiv danach trachten, höhere politische Führungsämter zu übernehmen, doch scheinen Frauen eine andere gesellschaftliche Verantwortung zu tragen. Frauen sind die Stimme der Stummen der schweigenden Mehrheit. Und sie hat das natürlich auch sehr stark bezogen auf die Situation in Somalia gesagt. Der dritte Grund, warum Frauen so wichtig für diese Prozesse sind, sie haben bessere und eigene Erfahrungen in nicht gewaltförmigen Austragen von Konflikten und sind infolgedessen häufig, so hat es ein UN-Vertreter genannt, die treibenden Kräfte zum Frieden. Frauen sind die, die ihre Familie ernähren und vor Gefahren schützen. Und das große Interesse von Frauen an besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen macht sie einfach zu glaubwürdigen Mitgestalterinnen von Friedensprozessen. Und das hat die Resolution 1325 im Jahr 2000, die immerhin auch schon zehn Jahre alt ist, ja auch entsprechend deutlich gemacht. Ich kann, nachdem wir auch den Film eben gesehen haben und ja auch Berichte nachher nochmal in ihren Arbeitsgruppen haben, werden diesen Aspekt Gewalt gegen Frauen nochmal jetzt verkürzt darstellen. Nach Angaben der deutschen Durchführungsorganisation der GIZ ist in 51 Ländern Gewalt gegen Frauen dokumentiert und 80 Prozent der Vergewaltigungen sind dabei Massen- und Mehrfachvergewaltigungen. Und natürlich heißt das, dass die Gefahr der HIV-Infektion ist. Oder ich habe das selbst mit Frauen im Osten der Demokratischen Republik Kongo erlebt in Gesprächen. Die Gefahr ist auch, dass die Frauen danach immer noch an den Rand gedrängt werden, dass die Gesellschaft von ihnen abrückt, dass sie stigmatisiert werden, dass sie schwerwiegende körperliche Konsequenzen davon tragen, Inkontinenz und für ihr Leben gezeichnet sind und dass sie keine ausreichende Unterstützung und Hilfe bekommen. Aber genau das ist eben notwendig. Und das habe ich selbst auch als Ministerin als einen besonderen Schwerpunkt gesehen. Und natürlich ist Gewalt gegen Frauen neben dieser Verletzung der Menschenreste auch ein langfristiges Hindernis auf dem Weg zu Stabilität und zu nachhaltiger Entwicklung. Und auch das haben wir gesehen. Frauen erfahren ja die Gewalt nicht nur in Kriegszeiten, sondern danach, wenn die Soldaten und Militionäre zurückkehren, in die Familien kommen, die häusliche Gewalt dort sich zum Teil verstärkt. Und vor allen Dingen Frauen, die in der Zwischenzeit natürlich das Leben selbst in die Hand genommen haben, werden dann auch oft wieder zurückgedrängt. Auch das muss auf jeden Fall verhindert werden. Ich habe eben gesagt, nach den Vorstufen einmal der Konvention der UN zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung, SEDAV abgekürzt, und auch den entsprechenden Beschlüssen von Peking aus dem Jahre 1995, der UN-Konferenz, ist dann die UN-Resolution 1325 zu Frauen, Frieden und Sicherheit 2000 beschlossen worden. Und das ist meines Erachtens ein Meilenstein, diese Resolution, auf dem Weg zu einer geschlechtersensiblen Friedens- und Sicherheitspolitik. Denn Frauen werden dabei eben nicht nur als Opfer, sondern auch als Teil der Lösung, der Beilegung von Konflikten und von Friedenssicherung gesehen. Und ihnen wird eine Schlüsselrolle zu Recht in der Prävention und Lösung von Konflikten beigemessen. Und es sind drei Elemente, es sind die drei P's, wenn man so will, Prävention von bewaffneten Konflikten, Partizipation von Frauen in der Friedens- und Sicherheitspolitik und Protektion, also Protection, Schutz vor sexualisierter Gewalt in Kriegen. Und diese Resolution sieht eben die wichtige, und wenn wir das uns jetzt ansehen, noch unerfüllte Aufgabe, schon im Jahr 2000 hat ein EU-Bericht noch mal deutlich gemacht, dass jedenfalls der systematische Ausschluss von Frauen in Friedensprozessen diese Friedensprozesse negativ beeinträchtigt. Wenn wir uns jetzt die Bereiche ansehen, bei den Peacekeeping- oder den Friedensmissionen, Peacekeeping-Operations, gegenwärtig machen Frauen rund 30 % des internationalen Personals in UN-Peacekeeping-Operationen aus, also auch im weitesten Sinne Missionen, aber nur 1,9 % des militärischen Personals und 7,3 % der Polizeikräfte. Und je höher es in der Führungsetage geht, umso weniger sind Frauen entsprechend vertreten. Aber weibliche Einsatzkräfte haben Vorbildfunktion für lokale Akteurinnen. Für Kinder und Frauen fällt es leichter, sich Frauen gegenüber zu öffnen und von Missbrauch und Gewaltanwendungen zu berichten. Und ich habe selbst auch eine eigene Situation in Liberia gesehen, die wirklich beispielhaft ist. In Liberia ist ja während des Bürgerkrieges über Jahre hinweg Gewalt gegen Frauen ausgeübt worden. Und die dann gewählte Präsidentin, übrigens gegen einen prominenten Fußballspieler gewählte, direkt gewählte Präsidentin, Ellen Johnson Sirleaf, hat mit dafür gesorgt, dass eben eine UN-Mission dorthin kam. Und ich habe sie selbst, ich habe das erlebt vor Ort, das kann man dann immer noch mal besser nachvollziehen. Und zwar waren das indische Soldatinnen, die eben ein Signal auch gesetzt haben dafür, dass eben sensibler auf die Konfliktlösung vorangegangen wird und eingegangen wird. Und das hat auch dazu geführt, dass sich viele liberianische Frauen durch diese weibliche Polizeieinheit motiviert gesehen haben und sich für die nationale Polizei gemeldet haben. Und ich habe selbst Training vor Ort dort erlebt, in der die Frauen auch gelernt haben, sich notfalls auch physisch zu wehren gegen Gewalt. Also ganz, ganz wichtig und ich finde das toll, dass die Ellen Johnson Sirleaf, es zeigt auch eben, Frauen in den Funktionen bewegen dann auch in dieser Richtung viel. Es gibt in Bezug auf die Europäer ein positives Beispiel bei der Umsetzung von der Resolution 1325, und zwar ist das Schweden. Und zwar die Schweden, ich habe auch das aus Gesprächen mit der schwedischen Kollegin und von Vertreterinnen des Militärs gelernt. Die schwedischen Streitkräfte haben im Jahr 2004 gezielt und systematisch angefangen, eben Genderperspektiven der Resolution 1325 in die Ausbildung der schwedischen Armee einzubeziehen und für Österreich kann ich es nicht sagen. In Deutschland sind 5 Prozent Frauenanteil in der Armee, in Schweden 18 Prozent und Schweden setzt als einziges Land mehr Frauen in Auslandseinsätze ein als im Inland selbst. Also auch das ist wichtig und das führt auch bei solchen Einsätzen, die dann eben Friedensmissionen erfolgen, zu einem völlig veränderten Verhältnis. Wenn wir Frauen in Friedensverhandlungen oder Friedensprozessen selbst sehen, und wir haben ja eben aus dem Bereich Norduganda und dem Prozess gegen die Lords Resistance Army gesehen, dann muss man sagen, wenn man die Zahlen ansieht, ist es so, dass weltweit an den Friedensverhandlungen direkt nur ganze 4 Prozent Frauen beteiligt sind. Und gerade für Afrika ist es eben extrem wichtig. Wir haben ja eine Kollegin da, die auch das nochmal besonders mitschildern kann. Was ich eben in diesem Prozess für Norduganda so wichtig finde, ist, dass dann auch von den Frauen ein Peace Recovery und Development Plan für Northern Uganda entwickelt worden ist, der eben auch berücksichtigt, welche Möglichkeiten und Chancen der Versöhnung anschließend gegeben sind, aber auch, wie die Lebensverhältnisse verändert werden müssen, die notwendig sind, um die Konflikte zu überwinden. Das heißt, wenn Frauen da nicht einbezogen sind, geht einfach dem Prozess ein ganz großes Potenzial verloren. Ich habe einen anderen Punkt nochmal, auch als Beispiel Unifem, also eine der Vorläufer der neuen UN-Frauenorganisation arbeitet mit der Afrikanischen Union zusammen, um Frauen auch in Friedensgespräche bezogen auf DAFUR zu beteiligen. Und die Afrikanische Union, und das ist dringend notwendig, haben eine eigene Senior Gender Advisor genau für diese Gespräche entsprechend benannt. Denn da ist noch viel Umdenken notwendig. Es gab auch Prozesse in Burundi, in denen Frauen entsprechend beteiligt waren. Und die Vertreterin der UN, die Norlin Heiser, hat das sozusagen als Gegenteil so ausgedrückt, ich zitiere sie, At Dayton, also damals auf dem Balkan, and Columbia in Kolumbien, It has predominantly been male leaders of fighting parties negotiating an end to war, But the process of rebuilding is in society, emerging from war, requires equal contributions from women and men. Und sie nennt dabei eben besonders die Frage der Landrechte, der Beschäftigung, des Rechts- und Wahlsystems, alles Dinge, die geleistet werden müssen, um sicherzustellen, dass es ein dauerhafter Friedensprozess ist und nicht die Konflikte wieder neu aufbrechen. Und man kann dabei natürlich dann auch besonders sehen, wo eigentlich in Afrika die Beteiligung von Frauen noch besonders notwendig wäre. Davor habe ich angesprochen, Sudan infolgedessen. Bei der Elfenbeinküste wäre das eine Notwendigkeit. Und gerade die Afrikanische Union hat da also eine ganz besondere Verpflichtung, aber die internationale Gemeinschaft auch. Der dritte Punkt, ich habe die Frage der Missionen, die Frage der Beteiligung an den Friedensverhandlungen und Prozessen genannt, Schutz der Frauen vor Gewalt. Und da ist es so, dass eben nach der Resolution 1325 es eine Sicherheitsresolution von die Nummer 1820 aus dem Jahr 2008 gegeben hat, die sexuelle Gewalt als Kriegsverbrechen ahndet. Diese Resolution 1820 erkennt zum ersten Mal Vergewaltigungen und andere Formen sexualisierter Gewalt als Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit an. Durch sie werden Sanktionen gegen Verantwortliche und Schritte zur Verhinderung von Gewalt möglich. Sie gibt den Handlungsrahmen, Straftäter zu verfolgen, zu verurteilen, zu bestrafen. Und damit eröffnen sich neue Möglichkeiten, den Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu verstärken. Und ich sage, auch die internationale Gemeinschaft hat die Verpflichtung, die Namen dieser Gewalttäter sind sehr oft bekannt. Und mit dafür zu sorgen, dass sie zum Beispiel in ganz extremen Fällen auch vor dem internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit belangt werden, ist eine Notwendigkeit, denn solche Beispiele zeigen, dass niemand straffrei ausgehen kann, der diese Gewalt ausübt. Ich war froh, dass ich auch als Ministerin den Sondergerichtshof für Sierra Leone habe mitfinanzieren können. Und die mussten immer kämpfen, dass die Finanzierung sichergestellt ist. Und die haben unter anderem die ROF in Sierra Leone, die den Terrorismus gegen die Bevölkerung betrieben hat und eben auch Vergewaltigung als sogenannte Kriegswaffe eingesetzt hat, verurteilt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und haben damit auch entsprechende Signale gesetzt. Und ich weiß nicht, ob Sie das haben verfolgen können. Seit Anfang Mai gibt es auch eine neue Situation, einen Kriegsverbrecherprozess gegen rwandische Milizenführer, der auf deutschem Boden stattfindet. Und zwar, denen wird vorgeworfen, dass sie eben massiv Vergewaltigung und Verstümmelung von Frauen und Mädchen im Ostkongo zu verantworten haben. Und nach dem humanitären Völkerrecht ist es möglich, dass eben solche Untaten und solche Verbrechen auch nach den vor den entstehenden, bestehenden Gesetzen in Deutschland oder in jedem anderen Land, wo die Beteiligten leben geführt werden können. Und das ist auch ein ganz großer Fortschritt, an dem wir wirklich auch weiter arbeiten müssen. Im Dezember 2010 ist dann die Folgeresolution 1860, Entschuldigung, 1960 beschlossen worden, die jetzt auch noch mal praktischere Konsequenzen ziehen soll und die vor allen Dingen auch den UN-Generalsekretär auffordert, in seinen jährlichen Berichten an den Sicherheitsrat zu sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten Listen von Gruppierungen beizuführen, die für solche Gewalttaten verantwortlich sind. Das passiert zum Beispiel bei der Frage, wie Kindersoldaten, da gibt es solche Listen schon heutzutage, die werden dort auch vorgelegt, aber diese Listen vorzulegen und damit wirklich Naming und Shaming zu betreiben, ist meines Erachtens dringend notwendig. So, auch wenn es jedenfalls, was die strafrechtliche Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen an Frauen und Mädchen anlangt, Hoffnung machen, ist doch eben ein noch wirklich weiter Weg zu beschreiten. Und ich denke, es ist also wichtig, dass wir auch daran festhalten, dass zum Beispiel nationale Aktionspläne beschlossen werden, um die Resolution 1325 einzulösen. Bisher haben ganze 25 Länder einen solchen nationalen Aktionsplan beschlossen. Skandinavien, Großbritannien, übrigens Österreich ja, Deutschland nein. Wir haben jetzt gerade vor wenigen Wochen als Oppositionsparteien eine entsprechende Resolution eingebracht, ist aber von den Regierungskoalitionsparteien abgelehnt worden. Was bedeutet, was bleibt weiter zu tun? Also die nationalen Aktionspläne. Und worauf ich doch große Hoffnung setze ist, es gibt ja bisher der einzige Schritt zur Reform der UN, ist die neue Organisation, die im Juli 2010 gebildet worden ist, aus den verschiedenen Institutionen und Einheiten im Bereich Gender. Die nennt sich UN Women, Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. Und die ist zuständig auch für die Umsetzung dieser Resolution, und zwar nicht nur normativ, sondern auch operativ. Und das ist wichtig. Geleitet wird sie von der früheren chilenischen Präsidentin Michelle Bachelet, die in diesen Fragen eben auch ein nachhaltiges eigenes Interesse und Motivation hat. Ich selbst und ich glaube, jeder, der im Entwicklungsbereich tätig ist, habe immer einen solchen Schwerpunkt gesetzt bei diesen Fragen, Millenniumsentwicklungsziele, Stärkung der Frauen und auch die Frage der Friedenssicherung. Meines Erachtens, das möchte ich zum Schluss sagen, gibt es aber noch weitere Handlungsfelder, die wir nicht aus dem Auge lassen sollen und wo wir dranbleiben müssen. Einmal immer wieder die Stärkung des Rechtsschutzes. Denn das eine ist das Recht auf dem Papier und das andere ist die Lebensrealität. Und Sie haben ja die Beispiele vorhin gesehen, die Bilder. Da braucht es eine starke Unterstützung und auch Bewusstsein und zwar aller Beteiligten, damit wirklich aus dem Recht auch Praxis für die Frauen wird. Es geht vor allen Dingen auch um Unterstützung und Rehabilitation für die Betroffenen. Auch das, ich habe einen Teil von Krankenhäusern entsprechend mit unterstützt und finanziert, damit eben diese Behandlung von Frauen möglich ist. Das ist das Allermindeste, was wir tun müssen und können, um den Opfern jedenfalls ihr Leid so leicht wie möglich ertragbar zu machen. Man kann es nicht ungeschehen machen. Wir haben also solche Frauenorganisationen und entsprechende Gruppen auch immer wieder unterstützt und ich rufe dazu auf, dass das auch passiert. Dann natürlich die Sicherheitskräfte, die sowohl bei den Friedensmissionen, entweder der UN, der Afrikanischen Union oder auch der Europäer entsprechend zu schulen. Und vielleicht ein letzter Punkt, der mir besonders am Herz liegt, auch angesichts der Tatsache, dass im nächsten Jahr in der UN ein solcher Reformprozess ansteht. Ich bin eine der überzeugten Anhänger und der Vorstellung, dass wir endlich den Transfer von den legalen und auch insbesondere den illegalen Transfer von Kleinwaffen nach Afrika und auch anderswohin unterbinden müssen. Denn diese Kleinwaffen, die tragen mit dazu bei, dass Konflikte geschürt werden, die motivieren zur Gewalt. Sie führen dazu, dass Kinder als Kindersoldaten missbraucht werden und sie setzen die Konflikte fort. Und mit dazu beizutragen, im nächsten Jahr wird das Aktionsprogramm der UN zur Reduzierung und Zurückdrängen des illegalen Transfers von Kleinwaffen in Entwicklungsländer behandelt und überprüft. Sehen Sie allen Regierungen auf die Finger, was die da tun. Der Unsrigen können Sie sicher sein, auch wenn das manchmal ein bisschen schwierig ist, deren Finger sozusagen irgendwo überhaupt tätig zu sehen. Aber bitte, also sehen Sie allen auf die Finger, damit in diesem Bereich endlich auch Schlussfolgerungen gezogen werden. Es muss ein Ende damit sein, dass wir dazu beitragen, mit den Waffendieferungen auch noch die Konflikte in der Welt und die Gewalt gegen Frauen zu verschärfen. In diesem Sinn, vielen Dank für Ihr Engagement. Applaus